Herr Präsident, die Narrenwelt ist fasziniert, was zu Karneval hier passiert. Wie sind Sie auf dieses grandiose Motto gekommen? Also ich bin da ja wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen, sondern eine geheim, äußere und geheim tagende Mottenkommission, sagen wir so landläufig. Natürlich, wir wissen, dass es Motti heißt, aber trotzdem Mottenkommission. Und die weiß natürlich, was in Dammel so geboten wird. Und in Dammel wird außergewöhnliches geboten. Deswegen behaupte ich, die Maßstäbe werden in Dammel gesetzt und deswegen auch das Motto. Seit wann hat es denn vor dem 11.11. gekribbelt, weil es endlich wieder losgeht? So gesehen kribbelt es bei mir das ganze Jahr, weil ja insbesondere im Elferat immer irgendwas zu tun ist und das alles ja darauf hinweist, es geht wieder mal irgendwann los mit der Session. Und andererseits ist auch die letztjährige Session noch weiter, sagen wir mal, abzuwickeln. Also das Kribbeln wird natürlich zum 11.11 etwas merkbarer. Liebe Doris Schmiesing, herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung als 16. Dammer Ehrennerin. Wann haben Sie erfahren, dass Sie das Amt übernehmen sollen? Vor 14 Tagen auf einem Freitagabend, zu später Stunde. Wer hat die Frohe Botschaft überbracht? Der Präsident persönlich. Und wie hat er Ihnen das überbracht? Platt auf den Kopf zu oder in seiner eher bekannten Art hintenrum und etwas über die Dörfer? Nein, wir hatten vom Preiskomitee ein Essen das letzte Mal mit unserem Präsidenten. Und dann hat Wolfgang, weil ich zu Fuß war, sein Fahrrad neben mir hergeschoben, sind noch bei Tutor eingekehrt und dann hat er mir das dort am Tisch erzählt.